Einstellung für Einstellung durch geführte Untersuchungen, wie sie viele Kritiker zahllose Maler angestellt haben, zeigen, dass ein hundertstel Sekunden später eine Kugel Jetshoberlippe durchbohrt, im Axiliarknochen durchbohrt, dabei die Vorderzehne locker und sogar abbricht und dann im folgenden Bild den Hinterkopf weggelegt. In einem spontan zündlosen Muster, Heile des Obzipitarlappens und des Scheiterbeins ausgeblieben werden. Das Ganze unnötigerweise auf Zelluloid gewandt. Reichlich Informationsmaterial, aber nicht annäherend genug Information, um die Buchstücke hier wieder zusammensetzen zu können. Ihr also, der Nachhand. der Nachhand und Anerkennung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020